Guten Tag! Herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Tante Marisa und Onkel Richard fliegen nach Spanien. Sie müssen zum Flughafen. Tante Marisa ist nervös. Sie fliegt nicht gerne. Entspanne dich und höre zu. Richard! Richard! Ja, Marisa? Hast du alles? Hast du deine Jacke? Hast du deinen Reisepass? Ja, ich habe alles. Was ist los, my dear? Oh, Richard, ich bin nervös. Ich fliege nicht gerne. Wir müssen nicht fliegen. Wir können auch nach Spanien schwimmen. Richard, das ist nicht lustig. Wann kommt unser Taxi? Wo ist das Taxi? Keine Panik, Marisa. Das Taxi kommt um elf Uhr dreißig. Jetzt ist es elf Uhr zwanzig. Hast du dein Gepäck? Wo sind meine Schuhe? Wo sind meine blauen Schuhe? Marisa, deine Schuhe sind im suitcase. Äh, Koffer. Wie so sind meine Schuhe? Ich brauche meine Schuhe. Marisa, calm down. Hier sind deine Schuhe. Wo ist mein Reisepass? Oh nein, Richard! Wo ist mein Reisepass? Marisa, keep it cool. Dein Reisepass ist auf dem Tisch. Okay, Richard! Das Taxi! Wir müssen los! Marisa und Richard fahren zum Flughafen. Sie fliegen nach Spanien. Das war ein Dialog. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.babelia.us. www.babelia.us. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!